Ihr seid unter 18 und wollt wissen, wie ihr in den Genuss einer kostenlosen Zahnspange kommt, dann gebe ich euch jetzt mal ein paar Hintergründe dazu. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Mein Name ist Dr. Johannes Schmidt. Ich bin Praxisinhaber bei KFO 1, deiner Praxis für Kieferorthopädie in Bornheim. Erstens, wenn ihr unter 18 seid und wenn eure Zahnfehlstellung stark genug ist, dann bezahlt die Krankenkasse eure Behandlung. Zweitens, kommt bitte aber vor dem 18. Geburtstag, denn da ist die Krankenkasse leider in Deutschland gnadenlos. Ab dem 18. Geburtstag werden in Deutschland nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen kieferorthopädische Behandlungen noch bezahlt. Der einzige Ausnahmefall ist, wenn nicht nur kieferorthopädisch was gemacht wird, sondern gleichzeitig auch noch ein operativer Eingriff erfolgen muss. Und das ist in vielen Fällen mit großem Aufwand und auch mit Schmerzen verbunden. Also vor dem 18. Geburtstag zum Kieferorthopäden gehen zumindest einmal beraten lassen. Und drittens, die Zahnspange ist grundsätzlich eine Kassenleistung, wenn die Ausprägung der Fehlstellung groß genug ist. Aber das ist nur eine Basisversion. Wenn ihr es etwas komfortabler und kleiner haben wollt, dann zahlt ihr bei mir in der Praxis etwa 55 Euro über 36 Monate und habt die Möglichkeit, kleinere Brackets, die sich besser reinigen lassen und die nicht ganz so auffällig sind, zu wählen. Das ist eine Entscheidung, die treffen wir dann gemeinsam, nachdem wir uns in der Praxis alles gemeinsam angeguckt haben. Wenn das Video für dich interessant war, dann freue ich mich natürlich über ein Like. Und wenn du auch in Zukunft keine wichtigen Infos rund um das Thema Kieferorthopädie verpassen möchtest, dann abonnier am besten jetzt direkt meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.